komm, lande, lande, lande cheig dich aber nur hab ihn, da ist er aus der luft Hallo und herzlich willkommen zurück zu TTT Mit dabei ist er reiner Zufall der Ingoe Viva, die Kamikaze der BoBo, der Shiki, der Epsilon, der Shadow Lüge aber nicht in der Beschreibung erst in die Beschreibung. Hallo 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 Oven. Ah schon wieder Detective? Ja wohl. Ich glaube Cammy hat sich Detective Pass gekauft. Ja glaube ich auch. Medichitis. Der ist grün. Ingrovia ist grün. Na hier komm ich nicht mehr weg. Ich muss leer etwas zu drücken. Alter wenn du in diesen Leuchtturm hoch gehst, da bist du nah echt aus der Puste. Alter Verdammt. Prozent ein Kumpel einer Echtzeit oder aufgrund von der Bar gar nicht nur noch erhältlich und die Städte die Städte ihre Städte und der Prokop Kurs zu Bar die Unterrichtung ist so ein die Gäste geht Spreng die Gäder das ist weiter verletzt Spackow ich habe ja schießt auf mich das Robi und dann kann man wenn er aus dem Ablauf mach dir da den dritten Weltkrieg Ingo war Down und er ist Traitor gewesen Scheiße, der schießt, ich stehe hin um mir und schießt drei Schüsse mit seiner Tegel und Tift damit ist Bobo leider blöd Ich wollte nur ausdrücken, ob man durch dieses Glas schießen kann Ingo war ein Traitor? Ingo, wieso machst du denn sowas? Jetzt gehts los hier Rainer Zufall verfolgt mich Rainer Zufall ist aber es wird so nicht verfolgen Ist das Zufall Niklas? Nein, es ist kein Zufall Benni es ist Rainer Zufall Auffl protection Kami, wenn du noch Punkte bist der liegt da wo ich markiert habe Ja, ich glaube in der die Neukau thin Treff ich tienes? Komm Stan-Tetective hier Träner, hier oben Niklas, Rainer, Epsilon Niklas, wo bist du? Seh dich nicht, hör auf das ist unfair Was? Iron bitte raus Wer war's, Rainer? Jaaa Verdammt ey Club AWB Spieler Malchutz, werden wir stehen Ich hätte jetzt auf Shiki getrimpt, aber ok Du bist Two-Face jetzt Kami ist Two-Face Und ich kann es mir nicht einmal angucken Ist schon das Leben Boah, das war irgendwie peinlich Ich habe mir gar keine getrimpte Warte, sonst hätte ich keine Motion mehr erwarten Oh, ich will grad springen, man User has moved to your channel Hallo User, wer sind das? Hallo User, Iron Jim, Iron Iron Arno Harp, das ist meine Waffe Bobo, Harp, das ist meine Waffe Warum kann ich nichts machen, man Scheiße! Haschloch Was? Was? Ich weiß, wer als erstes stimmt, den ich kälter werte Wow, wie er abgeht da oben auf seinen Leuchtturm Nicht hin zu vorm Oh, nee, nee Du ein Glück ist du Ich hab ihn in Luft geschossen Ich hab ihn in Luft geschossen Da oben auf den Leuchtturm ist mir der die ganze Zeit ballert Vertrau dir nicht, geh mal vor Ey, das war noch preparing Ich kann doch schon nichts machen, außer Ja, ja, Leila, komm Spring einfach runter Ach, Ingo ist Detective Vielleicht mach ich das gleich auch Ja, komm, mach doch Das mach ich das mal ja so gerne Ich spring gleich Spring, spring, spring Ich spring dir nach, spring vor Das Blieben hat keinen Sinn mehr Aber ich will nicht springen Schicki soll springen? Ich hab gedacht, du springst, weil du so'n scheiß Vogel seht Nein, ich treff nicht Schicki Mich wird geschossen Ich muss Schicki treffen Scheißdreck Schicki braucht sich genug Da oben wieder von Sag doch, vom Leuchtturm wird geballert Nein, das ist Benni, der ist unten Da kommt er Reiner Zufall steht da oben Jetzt auf den Leuchtturm ist wer Der ballert schon die ganze Zeit Ja, reiner Zufall Bisschen um die Ecke schießen Ist ja nicht so schlimm Hier, ich baller auch 1, 2, 3, 4 Da ist aber gerade einer drauf geworden, oder? Ja, sorry, ich hab ihn geschlossen Ich hab doch keinen Sinn Muss drücken Ich bin dafür Ein Schubert steht da oben so Ich bin dafür Ich bin dafür Ja, das zielt auch die ganze Zeit wie ein Irr Was hast du gerade zu mir gesagt? Da hat gerade wer eine Arm oder so geschossen Nee, dingster, dingster, zu Ich bin zu viel Stoßen Bobo, bobo, bobo Nein, Bobo Oh Gott Aua Okay, muss noch mehr Ein Hit noch Ein Hit noch Epsilon Nein, was denn? Ich gehofft mir den Sieg auf mich zu schießen Und jetzt mit einer MD Ach, scheiße Ach, verkackt Ey, ich konnte nichts machen, man Vor uns wer Ich hab mich auch geslayed Ja, meine... keine Ahnung, alter Die ganze Zeit ein Stammbegriff Bobo ist der letzte, ne? Ja, ja Nicht vergessen, der ist so gut wie down Reiner sucht das jetzt Der ist doch noch irgendwo unterwegs gerade Ja, ich guck schon in die Luft Ja, ich zum Glück bin ich mir nicht gesprungen, würde ich sagen Sind alle anderen down? Sind aber wir beide da? Keine Ahnung Ja, und bobo natürlich Da unten liegt noch einer Ach, weit bin ich die Gege Da wurde eine Waffe drin gelassen Da oben Ist das tot von oben Tot von oben Wohlsprobo Da hinten ist Heilgas Hinten rechts am Strandhaus Da sitzt er zuerst Der sitzt mitten im Rauch Da unten kommt er Der hier Hast du gesehen? Der ist unter dem Stich Bin nur ganz hier Der ist dahinter Hinter diesen Häusern Da... Bei dem Berg Ist jetzt hinter den Stein Geht doch, alter Wenn ich pas auf der ist meiner Nähe Ich seh ihn momentan nicht Der ist hinten rechtser Pflicht über den... rüber Gott, das wird so schiefgehen Ich muss hier runter Ich seh ihn nicht Wegen der Sonne, ey Der ist hinter mir Warte, 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 warte Mit der Digga Mit der Digga Ohne Witz, Mann Ich, ich, ich Gehe über die ganze auf dem Tateckel springen Es ist ein Epsilon steht ganz neben dem Das war ein Digga Hedgehot, Rainer Ich hab noch einen HP, das kann es kein Hedgehot gewesen sein Doch, es war ein Hedgehot Ich geh gucken Wo ist mein Hedgehot da hier Der Shiki, es war leider kein Hedgehot, ich hab nachgeguckt Ne Schade, ich glaub es war ein Hedgehot Aber egal Nein, aber Epsilon, Mann, wenn ich da rumfliege, geh doch weg da Treffer aus der Luft, ey Ich seh das von der Mavs, dann seh ich das ein Scheiß Traitor, ich komm extra noch nicht runter Hm, okay, keiner bringt mir den richtigen Scan Mir auch nicht Das wär der Detektiv, der so geflattert ist, ey Wo, wo? Wegs mal rum Hä? Wegs mal rum Wegsack Oh, jetzt kann ich dir das bewegen Arschloch, ich wollte da vorhin Du Pisser, Alter Ist der Pendling Wasserleiber weg Das war ein Herzinfarkt, Leute Das war ein Herzinfarkt, Leute Oh, ich glaub Epsilon ist Wut gesprengt Oh Ja, die Tektiv dann wie bei fiel wenigstens wieder Warte, ich muss gucken, leg jetzt dolle Ähm, die Nein, die Kaffe ist die Waffe Die Kaffe ist die Waffe Die Kaffe ist die Waffe Du bist Traitor Nein Ich hab'n Beweil Du bist Traitor Oh, ist jetzt da drunter hin? Hä? Warte Ne Ja, Benni, ich mach ihm vor, der ist so die ganze Zeit grad gelaufen Achso Aber die ganze Zeit Ach, ich belebe keinen KOS-Grund, Schicki Ich geh mal weg Ich geh mal weg Aber er weiß ja, dass ich nicht will, haha Ich geh mal weg Aber er weiß ja, dass ich nicht will, haha Ah, hier versammeln sich alle Er davon nicht reden Ich geh weg 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 Die Kaffe ist die Waffe Oh nein, verfreundet sich damit Oh nein, verfreundet sich damit Nein Nein, ich mach nichts Ja, das sag ich auch immer Das stimmt Wollen wir abschlagen spielen? Wollen wir abschlagen spielen? Wollen wir abschlagen spielen? Denkommste Schrein, Benni Ne Ge weg Wie sind los? Ne Ne Wie weit ist das passiert, wenn du sie hast? Hier, aha, hier drin Was denn? Alter, auf mich. Meiner wurde gerade angeschossen Aber von wo? Die war entweder Strand oder oben selbst auf dem Leuchtturm. Strand. Der Richtung irgendwo da hinten. Rainer Zufall. Da hinten auf dem Hügel sitzt der. Ja, das bin ich. Aber ich hab nicht auf ihn geschossen. Das kann Rainer, glaube ich, beschnitten. Ja, und? Du, oh, noch so schick ist es. Ja, ich bin mit Bo, wobei für Leuchtturm. Ja, dann frag doch Iwin und der soll nicken, ob ich es bin oder nicht. Ja, ich werd angeschossen. Ich darf ja leider nicht mehr reden. Nein, hier, nein, ich werd schon wieder angeschossen. Hier im Leuchtturm, was ist denn von euch gerade rum? Im Leuchtturm. Und unten, wenn überhaupt. Ähm. Rainer Zufall, wo ist Bo Bo Boy, der mit mir hier drin war? Ja, ich bin hier unten, keine Ahnung. Ach so, gut. Okay, ich bin schon wieder geschossen. Ist jetzt linke Seite irgendwo. Was, was, was? Das ist echt immer da, da müsste ich eigentlich Shadow sein. Wieso? Weil, du in der einzige Mr. ist der nicht damit im Leuchtturm Massaker rumleucht. Und unten, und in der Scheidstunnel unten. Ja, ja, Shadow. Tschüss. Da, ja. also wir können schon mal festhalten schickte du bist auch verletzt warum habe ich hier gemacht schickte ich habe ein Problem jetzt nicht mehr gut wer lebt denn noch wieso bin ich weil du Traitor Bobo lebt noch, weißt nicht Bobo lebst du noch? ey geh weg man, ich will nicht raus fliegen Reiner ist hier mit auf dem Turm, Bobo war auch noch mit auf dem Turm und unten ist ein Traitor er hat gerade mit ner Shotgun in den Mitteln im Turm? alle kommen jetzt hier da geh ich wieder runter hier ist ein Traitor drin glaub ja ja wenn er hochkommt ist er tot was? ich geh wieder runter Maddy ich komm hoch Maddy ich komm hoch I am Gaming ist jemand gestorben? oh Gott da sind zwei Leute oh nein ich will die stoppen alter Maddy Maddy und I am Gaming wurd wer mit ner Shotgun wohl getötet wer wo ist tot? hä? er wurde auf mich geschossen, aber ich weiß nicht welche Richtung scheiße aber hier oh reiner Zufall da unten läuft auch n wer läuft denn wer jetzt grad hüpft hier das bin ich ein ein das war ein mein Gaming darf gar nicht reden wie ist das ne? Was? Shiki ist tot? Zeit abgelaufen. Ja, wie geil ist das denn? Zeit abgelaufen. Also ich hab Benning umgebracht, ich hab Shiki umgebracht, ich hab Kami umgebracht. Ich hab die ganze Welt Leute geschaffen. Statt einfach Niklas abzuknallen, äh, statt einfach Ivan abzuknallen, Niklas, der hätt so sich sagen dürfen. Ach, wie schön. Aber war gut. Sorry, Benny, du standst einfach so geil, tut mir echt leid. Vor allem Rainer redet mit mir, ich antworte ihm noch, er redet immer noch mit mir und ich kann ihm nicht mehr antworten, aber es fällt keinem auf, dass ich da tot bin. Weißt du, Niklas, da ist Boy, dann bin ich weg. Ja, so ungefähr, der frisst bei mir auch. Ey, Shiki, da kam nichts. Ja, aber Benning hab ich schön mit dem Baby weggemacht. Ja, was ist denn, der stand, der stand, der stand auf dem? Ja, mit deiner aber auch. Und ich hab's das Baby eine Kami geschenkt. Er wollte sich nicht direkt beim ersten Mal schwängern. Boah, Leute. Boah. Der ist doch wahr. Hi, Benny. Es geht nur um Traitor-Waffen. Also alles gut. Niklas, wo? Was? Was? Siki ist Traitor. Halt dein Maul. Siki ist Traitor. Siki ist immer Traitor. Ich geh mich umbringen. Mach mal. Okay. Ja, mach das. Gut, aber Zeit. Hey, Niklas. Ich krache. Ich bin tot und war inner... Ich habe mich verfehlt. Tut mir leid, Niklas. Ich hab mich verlaufen. Ach, nee, hier unten bin ich. Hab mich verlaufen. Deine Lust doch normal. Ja, ich wollte gerade meinen anderen Weg langgehen. Oh mein Gott. Scheiße, bin mir untergefallen. Oder am Kämpfen, Herr Räne. Gar nicht wahr. Oh Gott, ich muss mich verlaufen. Ich bin tot. Ich hab's eigentlich doch. Siki ist tot. Ikki ist tot. Habt ihr, das ist eine Leiter, aber ich kann es nicht rausnehmen. Ach, hier, komm mal. Du kannst dring dich an. Na, 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 na. Benny ist gerade bei mir, wenn ich sterbe, ist es er. Das ist gut. Muss Benny, komm, du war. Fang mich auf. Benny schieß auf. Jungs, ich komm über A, geh zu C. Was? Ich geh nach F. Komm Benny, schieß auf mich. Ich geh nach C, ich schlag zurück zu dir. Ich geh nach F. Nein, scheiße, tot. Boah, er ist am Feuer haben, Alter. Ja, er ist drauf reingefallen. Warum leuchtet hier irgendwas? Benny ist runtergesprungen. Benny war inno und er ist runtergesprungen. Ich muss noch schick, ja, das ist Mist. Ich will nicht einstufen. Ach, denk, nochmal, danke, Benni. Nein, Tussen oben wird nicht sterben. Ah, hier liegt der Sniper. Tod von oben ist schon lange tot, der ist runtergejumpt. Ja, ja, ja. Er hat uns zwar nicht angezeigt. Warum springt die auch alle? Ich habe Lust mehr zu leben. Epsilon ist bei mir, hätte die Geld. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum hibst du meine Epsilon auch? Irgendwas schreibt hier. Ja. Ja, doch. Wie kann man überhaupt den Chat benutzen? Ich sehe. Okay, ich habe gelesen. Ah, nee, Y, Y. Reiner? Nein! Er ist tot. Ich sehe seinen Körper. Ich habe am Essen, Mann. Reiner kann mir den Vogel jetzt helfen. Nein. Aber da unten wo deine... Ich... Hast du einen Grappling-Hook? Ich will den haben. Ich will den auch haben. Ich will den jetzt im Dieter. Bobo, ich will den Grappling-Hook. Ich habe ihn nicht. Nein, ich muss nach. Nein, ich muss nach. Hä? Da ist es los. Das ist so knapp. Was ist das hier? Bobo, du hattest den Hook. Nee, habe ihn nicht. Verdammt. Ach, das fehlt mir wirklich nicht. Das ist gerade irgendwie nicht meine Runde. Alles läuft heute kacke, ey. Das war so knapp gerade, Mann. Ich spreche alle, Mann. Von daher ist es eh geil. Ja, ja. Nicht weinen, Shiki. Wir sind alle für dich da. Ja. Auch das ist eine Lüge. Guck, und die spielt gerade das erste Mal mit uns. Wenn die das schon sagt. Ja, Shiki, geiles Karma. Ja, mehr hat dein Mühleife auch nicht mehr Karma, von daher. Tschüss, Niklas. Du hast den Grund. Danke, Shiki. Alter. Flori. Vorsicht, was du sagst. Wenn ich fester bin, du bist der erste Stubb. Vorsicht, was du sagst, mein Freund. Fliegst du. Ich habe gar nichts gesagt, Niklas. Weiter. Ja, das ist doch langweilig hier. Benny's Wetter. Ja, nee, Shiki ist Wetter. Ja, stimmt. Ja, richtig gesagt, Benni's Wetter. So richtig gesagt, Benni's Wetter. Müssen wir immer Benni. Weiß mehr. Alleine kann man nicht besiegen. Oh, Mann. Ich sag. Aber was, ja, wo du im Wasserwasserwasser hast du keinen Schaden bekommen, ne? Bobo? Bobo? Ja, der lebt nur. Da, wo du im Wasserwasser hast du keinen Schaden bekommen, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Oh Gott. Er schreckt mich doch nicht. Oh Gott, ich verstehe mich, warum der DJ sich um einen noch geht dann also ich weiß bei den beiden das kann man nicht verbrennen wir brauchen Leichen ich bin gleich mit der Töten Töte sich in einem Kölner von Reisen ja ich bin da war gar nicht keine Waffe hier oben haben wir um eine überbrennen es gibt mehr ich weiß wer eine andere die auch um kurz am Essen also hat er untergefallen hier liegt eine Leiche wo es wäre runtergefallen hier gerade diese komische ja hier die mapp ja hier sehen wer es noch? Meinst du diesen Übergang? Ja, da kommen wir den Übergang. Ja das geht man nicht, sonst wird Chicky dich noch töten. Oh, der war unschuldig. Was? Oh komm, wer ist mit keiner drin? Oh, komm, wer ist mit keiner drin? Oh, komm, wer ist mit keiner drin? Hier ist Schande. Wer ist tot? Das ist immer auch anders drin. Wer ist tot? Irgendwer snipet hier. Ja, mit einer APP. Aha, melee. Ich geh mal her, du kommst mal nie wieder raus. Du musst gleich in der Rede. Du hast ja schon länger nicht mit dabei. Warum komm ich zu viele hier hin? Das ist schon ein kleiner Zufall. So machst du hier? Wir wollen ihn einstieg werden. Nein! Ich hab mein Gefangener rausgelassen. So, jetzt ziehst du dich gleich. Ah. Hey, das ist, musst du da rein. Nein. Verpfiffst dich, Shadow. So, Shadow. Du gehst dann wieder weg. Seid ihr alle? Am Keller. Wir sind beim Verbrennungsofen. Achso. Wir verbrennen Leichen. Bring uns eine Leiche, dann darfst du zu uns. Da war ne Artar. Hey, die haben wir doch nicht angeschaut. Okay, Kami wurde von der APP getötet. Was? Kami ist tot? Wupp. Das passt auch. Na, ahnen wir glaube ich. Hast du doch gesagt? Steht doch dran. Achso. Von der APP kannst du aber nicht angeschossen werden. Ja, doch. Ne, ne. Reiner Zufall bestimmt. Da muss entweder ein normales Nightfall oder diese... Einziehen Leute noch ohne mich da draußen. Iron Gaming, wo bist du? Was? Iron, wo bist du? Was? Iron, wo bist du? Jetzt bin ich hier bei diesem Ofo, das ist kein Mensch. Ich bin bei Ingo. 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 Ja, das war's nicht. Iron, du bist fast tot. Ja, ich weins. Geh lieber mir den Grappling-Klop. Iron? Ja, 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 ja. Ich geh lieber. Iron, bist du beim Leuchtturm? Da ist Reiner. Reiner. Mach kein Kass. Ähm. Nein, lieber Selbstmord. Epsilon. 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 Ne, Epsilon. Diki. Diki. Zerani. Wer ist es nun? Ist es? Shadow. Dickie. Das ist ein Mann im«sembuurke, Rettung-Stack rein. Es ist halt egal. So, Reiner Zufall war Innos, Hänse. Ich glaub immer noch ist es Shadow. Ich glaub du bist es. Ich glaub nicht. Ich glaub schon. Und deswegen tötest dich auch. Nee, das ist jetzt auch. Ja, du musst mich halt sowas finden. Ngovia ist kapiert und Niklas auch. Ja, Niklas ist es auch. eine solche Spinsen nicht getrunken wird von oben gekommen ja und dann jemand getrunken und weil jemand getrunken Jungs die unten ist ich habe geschossen wie sieht es aus bei dir mit Leben 9 dann bleib mal hier Koppel erhältlich was er auf ganz oft mehr ich lieber die Gegend ist das auch so ist mir ist mir zu riskant auf die ich bin ich finde das auch gar nicht was ich wollte ab da kann ich benutzen er Kumpel Prozent das ist doch noch bei uns auch so gut wie gebraucht auch hier in der Bibel auch die Welt ich werde darauf geachtet Also ich weiß nicht, unter Niklas Video schreibe. Weiß was? Hashtag NoHand. Ja! Wie viel habe ich dir gezogen, Shiki? Ich hatte noch 16 oder so. Iron. Ach Shiki, ey, weißt du? Iron, wenn du wieder Dete wirst. Ja, Niklas, du stirbst da rein und triffst in dich einmal. Ich hab... Bei mir hat er gerade voll geleckt, deswegen... Geht mal, ich kriege mal mit gar nichts. Mit ner 12 AP ihn geleckt, ja. Vor allem, Maddy sieht noch, wie irgendwer von der Brücke fällt. Da wird sie oder abgeschossen. Ja! Du meinst, ich bin von anderen Stunden. Der war dann mit nach Ape. Was in Co? Ich verstehe, warum mir nicht vertraut wurde. Ja, die kann man nicht vertrauen, Shiki. Wenn man hier in dem Moment mal vorhin hintergeht. Du bist ganz schön. Das Shiki hat deine Milone aus dem Kalle gefällt. Ja, ich weiß, dass ich hab dich getroffen. Ich muss das schnell, dass der Weg glücklich nur eine Pistole hatte. Die Muster. Warum war ich nicht Traitor? Ja. Ich bin schnell wieder weg. Och nö. Euer Ernst? Dein Baum ist ja eine Runde. Genauso eine dämliche Frau. Was ist denn die Tektive? Ach, Rainer ist die Tektive. Wo bist du? Hier, ich steh hier. Golden Gunn, dann sag an, komm. Dann mach. Drück ab, Junge. Warte, 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 bleib stehen. Hier. Mach die Golden Gunn auf mich. Okay, ich bin Pufen. Ich bin Pufen. Er hat die Golden Gunn auf mich verwendet. Hä? Ich bin Pufen. Was? Ja, die Golden Gunn auf mich verwendet. Ja, die Golden Gunn auf mich verwendet. Da find ich ja geil, Rainer, ne? Wenn ich Tweet, dann bin ich die TAP abgeknallt. Könnt ihr jetzt schon sagen. So, wir haben den hier. Falls ich den Defi finde, weißt du bescheid. Oh mein Gott, da, Shadow. So, Jungs, jetzt bin ich der neue. Ich warte, ich brauche noch. Wie schießt was? Ja, hier oben auf den Leuchten, aber einfach nur in die Luft. Epsilon. Ah, ganz viele sind hier auf einmal. Benni Epsilon. Hat der von die Tektive den DNA-Skin aufgehoben? Nein, kann nicht sein. Epsilon. Hey, bitte. Benni? Warum stehst du da rum? Nein. Was mach ich? Warum du hier rum stehst? Guck mal. Nein. Warum? Ich wollte den Vogel erschießen. Warum darf ich hier nicht rumstehen? Oh. Sorry, weg, da weg. Weil wenn du stehst, könnte es sein, dass du hier reinkaufen bist. Ja, du hast gerade den neuen Detektiv angegriffen. Ich hab einfach nur die Grammar abgerissen. Aber du hast den neuen Detektiv damit schaden gemacht. Na, Benni? Na, Niklas? Hier brennt es. Ah! Nein, 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 nein. Alter, Leute, macht das doch nicht. Da, einfach was. Alter, ihr wurd gesniped. Wo? Seid ihr unten am Strand? Nein. Nein, im Turm. Ich hatte sie. Ich schub's nicht runter. Ah! Ah! Geh doch mal weg da, Niklas. 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 Hä, hä, weg hier. Hallo. Hey, ich sterbe immer noch nicht weiter, ne? Wo sollst du denn drauf gehen? Ja, aber du bist raus. What the fuck? Wenn die jetzt unten tot sind, bist du Trader, ne? Weißt du. Oder du bist es. Kommst du mir hinterher, bist du auch Trader. Geh, ich bin... Ich bin Detective, ich bin Toven. Du hast das Spiel gehackt. Hör auf zu lügen. Ja, bitte. Ich bin hinter Benny. Ich lauf Benny hinterher. Was ist mit Bobo? Ich bin hier, unter dem Zeug. Ich bin unter dem Leuchtturm. So, jetzt werden wir erstmal hinlegen. Hier eine neue Foltermethode, ne? Anstatt die kompletten Körper da sein, erstmal niemand. Jetzt mit dem Kopf. Oh, nein, 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 fuck, nein, au. So, Marc, Alas. So, Marc, Alas. Das heißt, dann fuck auch. Bist du tot? Ich glaub, das darfst du ja nicht mehr sagen. Aber ich denke, du bist tot. Niklas, kommen wir zurück. Guck mal. Epsilon. Epsilon. Merkst du es nicht, dass die schon zehn Minuten hinterher lauf? Ich war am Spielen mit Leicht. Ja, und ich stand genau hinter dir. Ja, ich bin Detective. Ne, ich bin Detective. Alter, Benny. Der Detective hat mich zum Detective gemacht. Er hat sein eigenes Leben dafür geopfert. Ja und ich hab mir den Arskener saugen. Dann gib mir den Arskener, dann muss ich dich leider töten. Irgendwann ist sie gestorben. Also Benni ist grad drauf gegangen. Das heißt, Iron ist Tracker. Okay. Nein, Iron ist es nicht. Das macht Spaß. Aber irgendwie hat auch Benni grad umgehauen. Ich bin runtergefallen. Was bist du denn für lausiger DNA-Scanner-Boy? Wieso will ich dir grad einfach einen Headshot geben? Nehm, Shiki! Na, gib mal Shiki ein Headshot! Aber ich bin Detektiv. Ja, der ist Niklas Traitor. Aber Niklas wird das nur wollen, wenn... Shiki, du weißt, wie's gemeint ist. Ja, ja. Niklas ist Traitor. Krieg gleich mal einen Golden Eagle zu spüren. Ich als einziger der Pugen ist. Hm, gerade du. Ja, der Detektiv hat mit der Gräuze die vor aller Leute auf mich geschossen. Ich bin ein Headshot. 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 Aber das steht direkt bei der Treffektiv. Ach, wie sonst immer. Ich bin ein Headshot. Okay. Ich bin ein Headshot. Ich bin ein Headshot. Ich bin ein Headshot. Ich bin ein Headshot. Ach, Benny ist auch schon tot. Wer hätte Benny getötet? Ich bin ein Headshot. Ich bin ein Headshot. Ich bin immer noch der Shadow. Oh, ich hab... Oh, mir schwindelig. Ein Headshot, was machst du? Ah, Scheiße, Mann! Vielen Dank für's Zuschauen! Ich würd sagen, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüssi!